Rienburg in Russland, der hat seine Sachen im Doppel drauf, nicht nur im Einzel. Offensivspieler auf der anderen Seite. Haben Sie gesehen, die ... Ja, ja. Ja. ... ... ... ... ... ... Was für ein sensationelles Vorhang. Das macht Spaß. So ... 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 Daraus schöpft auch der Gegner Kraft. Der Weltkartner! So, und jetzt der ... ... Saarztisch! Waren sie selten gesehen! Puhau! Noch einmal! Alle guten Dinge keinen Bewerber, aber trotzdem hat die ETDU gesagt, wir wollen an einer jährlichen Bewerber, das ist ein großer Sport, ganz, ganz groß, was führen die beiden auf da unten, die schenken einander nichts, überhaupt nichts, also spektakulär. Sechs, alles, auch bei den Herren ein rein chinesisches Endspiel. Und auch vor einer Weltmeisterschaft, die jungen Chinesen in die Tischtenniswelt herum, da muss Fanboot derzeit durch, das ist so. Das war's jetzt endgültig, den dritten Matchball, den verwertet er 11 zu 5, der fünfte Satz für Fanboot. Das war's jetzt.